In diesem Beispiel lernst du, wie du Wahrscheinlichkeiten von Ergebnissen bestimmst. Bestimme für jedes Feld die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger beim Drehen dort stehen bleibt. Beginne mit der Farbe Rot. Die Wahrscheinlichkeit für Rot, kurz p von Rot, entspricht dem Anteil des roten Felds an der Gesamtfläche. Da die Hälfte des Glücksrads Rot ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit 1,5. In Prozent ausgedrückt 50%. Das blaue Feld nimmt ein Viertel der Gesamtfläche ein. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger auf dem blauen Feld landet, ein Viertel bzw. 25%. Das grüne und das gelbe Feld zusammen nehmen ebenfalls ein Viertel der Fläche ein. Da beide Felder gleich groß sind, ist die Wahrscheinlichkeit für jedes von ihnen ein Achtel. Das ist das gleiche wie 12,5%. Zur Kontrolle kannst du die Wahrscheinlichkeiten aller Ergebnisse addieren. p von Rot plus p von Blau plus p von Grün plus p von Gelb ergibt, und so muss es sein, 100%. Schritt fürderewise Das ist das gleiche wie 30% Schritt fürderewise